Hallo liebe Community, ah es ist gerade Abend geworden, ich hab Feierabend und jetzt möchte ich eine Runde schwimmen. Ja, ich geh mal, oh ein Hai, oh, Mist, ich kann nicht schwimmen, hallo? Ah, Hai, Ghostfunder. Moin moin, Mensch Drago, Alter, ich wollte dich gerade mal fast f***en, Alter, was ist los? Ah, du bist ein Hai, wusste gar nicht, dass du dich ja auch verwandeln kannst. Ja, ich hab mich jetzt auch zu einer OP entschieden, weil, ja Mensch, sein ist einfach echt langweilig und ich wollte mir einfach mal die Tiefe des Meeres auschecken. Cool, nimmst du mich mit? Äh, warum nicht, ne? Ja, ich halte mich an der Flosse fest. Ah ja, ich hab ja das Ding, ähm, ich muss mal kurz schauen bei, äh, Stil, ähm, Outfit, ah, ich hab, doch, ich hab Taucher. So, ich tauche mit dir. Mit Licht, sehr schön, hopp, nicht lang. Wow, wow, sehr schön, cool. Ich wusste gar nicht, dass es in GTA Online Tiere gibt, aber scheinbar gibt es schon Tiere. Ah, scheinbar um seinen nächsten Updates, ne? Also seitdem, äh... Oh, das ist das Hai, 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 Update. Ah, das Hai, Update. Cool. Okay, schönes. Das Moinsen Update. Das Moinsen. Hm, und machen wir etwas Interessantes. Was wolltest du so machen mit dem Hai? Also eigentlich wollte ich die auffressen, aber... Das geht leider nicht. Geht ja, und dann hat die Arbeit eingestellt. Sie konnten es nicht machen. Ja, also, ich wollte dich ja mit Schweinen füttern, aber es geht nicht so gut. Du kannst ja gerne mal noch ein paar Schweine spawnen. Wasser zum Beispiel. Und dich noch in andere Tiere verwandeln vielleicht. Aber das machen wir dann in den nächsten Videos. Oh, lecker. Wie geil. Nein, der Haye ist gestorben. Ja, Moin, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist der Haye gestorben. Also, dann freundlich ich mal ein anderer Tier, damit wir mal was zu tun haben. Was wünschen Sie sich denn? Also, momentan ein Schwein. Ein Schwein? Weil ich Schweine zum Fressen gerne habe. Wahrscheinlich. Nein, ich habe sie auch als Tiere gerne, also als Lebendige. Aber sie sind halt Schweine. Sie saulen sich im Dreck. Ja, wo bist du hin? Da vorne. Na, niemand anruft. Hallo. Hallo. Geht's noch? Hallo. Herr. Verdrücken Sie sich. Ja. Genau. Mein Kampfschwein. Mein Schweinchen namens Hai. Sehr schön. Gut gemacht. Ja. Fühl mich doch ein bisschen durch die Tierwelt. Ich bin momentan Fotograf und wollte die Tierwelt ein bisschen optisch anschauen mit euch in dem Park. Leider ist ja das Piot-Update nicht mehr drin. Also, man kann keine Piotts mehr essen. Ja. Ja. Ein anderes Tier bitte. Ach, zufällig. Kann ich das sagen? Hat mir die Sau grunzt. Oh, ein Kätzchen. Verschiedene Farben. Wow. Motz. Haha. Crew-Motz. Miau. Na, du Süße. Haha. Wenn man schießen will oder so, kratzt sie sich. Boah, der große Schatten. Nächstes Tier. Wahrscheinlich. Es wird immer größer. Sieht aus wie ein Reh der Schatten. Na? Ah. Oh, ne Taube. Ne Friedenstaube. Soll ich mal fliegen? Hast du viel Leben, du hast alles geraubt. Soll ich? Soll ich mal fliegen? Ja, probier mal fliegen. Okay, es geht. Geil. Ich kann eh fliegen. Kannst du ja glauben. Ja gut. Äh, jetzt scheiße, ne? Ja. Gucken. Du arme Taube. Achso. Du arme Taube. Du arme Taube. Der hat mich einfach in einen Baum geflogen. Achso wollte ich sie also an, wenn Tauben immer gegen die Fenster fließen. K-k-k-k. Oh je. Scheiße. Ne moin. Jo. Interessant. Äußerst. Interessant. Okay. Oh, okay. Ja, gut. Guck mal, was hier angedockt kommt. Geht irgendwie nicht speichernfähig geschlagen. Ich wollte eigentlich in ein Renzie mich verwandeln. Oh, wie süss ein Hasi. Hasi, möchtest du gerne ins Haus? Ich habe ganz viel Süßigkeiten. Jetzt bin ich der Pedo. Nein, nicht anknabbern. Nein. Anknabbern? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich anknabbern. Oh, Osterhase. Ich drück dir eins. Oh, danke mal. Nein, jetzt will ich mir besser. Danke mal. Ist ja wahrscheinlich. Mit Licht. Ich schlage mit dem Lichter. Oh, ne Maus. Wie süss. Oh, ich bin ein Elefant. Ich habe Angst von der Maus. Wie süss. So kannst du auch Spiele erschrecken. Das ist eine Ratte und keine Maus. Digga, wie einfach dieser Bordstein, Digga, der ist einfach gigantisch, Digga, der ist einfach... Aber eine Ratte hat doch einen weißen Schuss aus dem Hell. Ich komme da gar nicht hoch. Scheiße, ich gucke ich mal hoch hier. Ich gucke ich mal hoch hier. Das sind so winzige Ratte. Kannst du diese Ratten, die immer hier... Dinge sind? Ja. Das war in den Filmen immer an Bordstein. Mit Lahnwerfen, ne? Bordstein Schwalbe, er ist zu groß. Digga, man kann ja echt rein, guck mal. Ey, man kann ja echt rein, guck mal. Ich kann ja echt in diese kurze Kurve rein. Ja. Hä, das ist... Hä? Als wenn Rockstar Games als sowas gedacht hat. Guck mal, man kann ja nie rein. Und das ist keine Textur. Lol. Ja, aber bei mir sieht es nicht so aus, aber gut. Also, komm, noch mehr ein bisschen weiter, sonst wird das Video zu lange. Hey, Speicher in der Folge, herzlichen Glückwunsch, Liebesau. Aber ehrlich? Oh, das ist ein Coyote. Das erkennt man direkt. Aua, das macht weh. Das macht weh. Wie elegant. Nice. Duöl, duöl. Ohohoho. Du hast da mit so viel Kraft drauf Mach überhaupt Schaden, Alter? Zum ersten Schlag hast du mich getroffen, jetzt hast du mich wieder geschlagen Also so ungefähr 3cm Alles gut, mach weiter, hab nächstes Tier Du bist immer so fasziniert von dir Viele Spiele, also Zuschauer kennen wahrscheinlich das Tierreich Was? Ein anderes Video Ein anderes Video? Ich mach ständig Videos mit dir Ah, ein Kranich Ey, Mann! Was hast du mit diesem Baum? Es ist immer der gleiche Ja, ein Scheißteil ist das, da muss er mal genau im Weg stehen Hallo, lebst du noch? Aber ich konnte fliegen, aber das ist das Wichtigste, ich konnte fliegen Du konntest fliegen gehen beim Fliegen Nur Landen kann ich nehmen Ich bin irgendwie ein bisschen mit dem Platz Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Hallo, angenehmer Mann, haben Sie Angst? Wollen Sie ein bisschen angelöchtet werden? diese schweizern diese schweizern immer dasselbe schrott hier wieder ist meine frisse für alle interessierten ich mache bald ein single player let's play mit rollenspiel und manche also da will ich mal direkt nachschauen da werde ich natürlich auch sehr viele witze machen und sachen machen ausprobieren periode pflanzen essen und im allgemeinen einfach alles ein bisschen ausprobieren ich werde aufpassen was kommt als nächstes nein ich habe einen stern ja ich habe ein paar personen abgeschlagen mit einem mega coolen kampfskiss als nächstes kommt also die muss mich jetzt verteidigen gegen das ist aber schon ein bisschen anstrengen ich würde ich verstecke mich hier hinten du tust alle aber du hast dich schon auch sehen genau hinter dieser schießt die an schießt jan damit du noch mal stern als anders schießt rum ja ich würde mich eigentlich jetzt verstecken hallo mal vorwärts da vorne nicht so gut wie kommen die denn nicht ich bin nur hinter diesem bursch der war einfach die kopf umgefahren achtung hinter mir auf der anderen strassen richtung wie soll sie der kopf oder was ja komm schnell der kopf der kopf der kopf der kopf der kopf der kopf ganz ehrlich so ein fahr mit einfach gegen ehren genommen habe ich gerade alter muss nach dem helikopter schärmen also kätztinnen und der mensch trago überhaupt nicht die schiessen alle schrott hier auf mich ich würde eigentlich den helikopter runter holen den kannst du nicht runter holen denn den trotzdem ich kann mir ich glaube mit dem vorgegeben fliegen aber ich weiß nicht von hafte immerhin wahrscheinlich bin gleich tot das geht nicht auf ich mache jetzt mal hier meine sterne an hätte ja wenn ich den kopf umbringe digga aber habe ich aber in drei sterne wahrscheinlich damit sie noch ein bisschen auf mich gelingt sind es werden vielleicht nicht so viele folgen erscheinen von let's play wieder umstellungen von der fps anzahl und so leicht nur mit der grafikkarte geht es auch das hat ob es ob es probleme wir werden dann sehen vielleicht im single-player geht es besser bist du vernetzt mit der sauber wir dürfen nicht mehr nach hause fahren komm mal her komm mal nach vorne auch mann obwohl wir können wirklich nichts gegen kumas komm ich mach mal komm und aus aber dafür schreibe ich meinen lebe hin auf achtung jemand schläpp schläpp schreibe mein lebe jetzt auf 600 1000 hof schießt er oder ich bin aber ganz ganz koppige anna ganz koppige anna 1,3 der gt war aber auch mal die spacken die gar mit ihrer bekackten kopp haben kann ja pisse ich doch digga hätte ich so lange lang ist die digga da kann man gar nicht treffen doch doch er ist tot komisch 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 und die digga da ist die digga die digga ist tot komisch hier gebe ich nicht mehr und wir Warte. Warte, kannst du nämlich durchschauen, warte. Ich hab vier Sterne. Hast du die Sterne jetzt weg? Nee, ja jetzt. Okay, gut. Okay, warte. Och, schön. Wunderbar. Sag, ich habe keine Gefahr. Warte! Ja, ich habe keine Gefahr! Wenn du meinen Fakten aufst wirst, hätte ich mich nicht bespannen. Ich habe keine Gefahr. Ich werde nur eine Infobox beenden. Ich werde mich nicht rausbeenden. Ich werde mich nicht aufschlucken. Wenn das so cool ist. Weibliche Bohnen manchmal noch da. Und das Spot. Du wie rotig schon bist. Loser! Ach du! Ungefahren! Also ich bin schon gestoppt gewesen, da bist du reingelaufen. Ist sie so süß. Dann kam sie natürlich unendlich weitermachen. Macht Spaß. Tschüss. Zu. Da ist in der Swat. Unbedingt die Swat-Einheit. Nochmal. Ja, jetzt! Bärwolski! Da kommen wir mal näher von diesen Kackbullen, was ist denn der für ein Scheiß? Langsam hast du sie ausgerottet. Bullen sollten nicht existieren, sie sind für das Gesetz. Aber Pumas kennen kein Gesetz. Das ist Ghost Thunder. Die Laune der Natur. Hm, wahrscheinlich. Die Laune der Natur, Laune der Natur. Kämpfe ich mal gegen den Helikopter. Okay, ich mach jetzt mal einen Stern. Jetzt mach ich mal einstellen. Guck mal, dich. Weg da. Oh, ne, ich hab jetzt 3000 Leben. Das heißt, wenn ich jetzt... Ey, wie viel machen die im Kopfschuss? Oh, im Kopfschuss sind ja richtig viel. Schaut halt, dass ich nicht irgendwie eine Sau oder so sein kann. Ja. So ein T-Rex, Alter. Bam! Bam! Da rammelt ich alles als Schrott, Alter, ganz ehrlich. Okay, mein nächstes Ziel. Okay. Weiter kurz. Ah, auf den... Hm, wahrscheinlich, Digga. Sind mal. Ja. Was war das denn? Das ist ein bisschen zu nahe gewesen. Aber... Ja, wir auch. Aus Testzwecken machen wir das immer gehen. Ich bin ja das arme Crash-Test-Dummy-Zeugster. Digga! Okay, kannst auch noch... Auf, 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 auf. Wenn, Digga. Man spielt abgestürzt. Guck mal, wir haben uns. Okay, dann... Viel Spaß noch mit den weiteren Videos. Täglich ungefähr 6 Stück. Und... Momentan habe ich halt Quarantäne-Fern, deshalb mache ich ein paar Werbieters. Und... Irgendwann mal dann... Hm, weiß ich es nicht. Halt, Singleplayer-Let's-Play. Bis dann. Und Dankeschön, Ghost Thunder. Bis... Alles klar. Mach doch gerne, Alter. Also haut rein, ne? Tschüss.